Seid grüßt meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Egnore. Wenn ihr dieses Video kurz nach Veröffentlichung seht, dann läuft gerade live auf Twitch. Twitch.tv. Link in der Videobeschreibung ganz oben. Der große Hogwarts Legacy Livestream. Der erste davon von der Reihe. Wir spielen Hogwarts Legacy live auf Twitch. Als großen Spenden-Stream. Wir seien wir in Spenden mit und für Transclown e.V. Ich spiele bis spät in die Nacht, bis mich die Müdigkeit übermannt. Bis ich wirklich sage, ich kann nicht mehr. Spielen wir Hogwarts Legacy. Ihr schaut mir beim Hogwarts Legacy Spielen zu. Und ja. Ihr könnt dabei eine kleine Spende. Dann lassen wir über einen im Streamchat eingebenenten Link zu BetaPlace. Eine kleine Spende für einen guten Zweck. Mehr dazu. Mehr Infos dazu. Live im Stream. Ja. Und bevor es los geht mit Hogwarts Legacy, bevor ihr rüber geht nach Twitch, wollte ich eine kleine, kurze Nachricht an euch hier nochmal übermitteln. Ihr seid herzlich eingeladen mit mir gemeinsam in die wunderbare Welt der Zauberer und fantastischen Tierwesen und der fantastischen Welt einzutauchen. Wer mit mir gemeinsam Spaß haben möchte, wer sich das angucken will, wie ich in die fantastische, in die Wizarding World Welt eintauche, der ist herzlich willkommen im Stream. Eins allerdings garantiert. Ich werde mir bei diesem Stream von keiner Person den Spaß am Spiel nehmen lassen. Seid friedlich, seid freundlich. Ich greife sehr ungern zu solchen Maßnahmen, aber wenn es nötig wird, dann werde ich diese Maßnahmen treffen. Und jeden, der rüberkommt nach Twitch und rumhatet und stresst und da wird auf Ärger aus, ist andere Leute beteiligt, nicht beteiligt oder irgendwie viel negative Energie in diesem Chat sucht, der wird ohne Vorwarnung direkt weggebockt. Für Hass und Hetze und alles andere ist in der Wizarding World absolut kein Platz. Und wir wollen in diesem Stream Spaß haben bei Hogwarts Legacy und etwas für einen guten Zweck tun. Das sind meine Hauptanliegen überhaupt auf YouTube und auf Twitch schon seit immer. Für sowas bin ich da, für Unterhaltung, Spielspaß und Freude, mich immer zu haben. Aber was mit mir gar nicht geht, wo ich gar nicht zu haben bin, ist Hass, Hetze und unnötige Diskussionen um Themen. Ich will es hier gar nicht ansprechen, ihr wisst, welches Thema ich meine. Dieses Thema wird, wir werden nicht darüber reden, ich werde keine Fragen mehr zu beantworten. Es wird im Stream Chat nicht nur über dieses Thema geredet, über diese Person. Jeder, der da reinkommt und Ärger machen will, der muss damit leben, getimeoutet und gebannt zu werden. Das mache ich wirklich ungern, aber ja, seid friedlich, wie mir vielleicht schon sagte. Wer Bimsen will, muss Bum-Sie bleiben. Ja, ihr wisst Bescheid. Also, ab in den Chat mit euch, rüber zu Twitch. Ihr könnt auch ganz kostenlos bei Zuschauern bei diesem Spenden-Stream, wenn ihr eine kleine, so ein paar Euro übrig habt, dann könnt ihr in diesem Stream sehr effektiv trans-Menschen helfen. über Trans-Menschen in Not. Jede Sommer zählt, jeder Spender ist herzlich willkommen. Ansonsten wünsche ich euch wirklich viel Spaß. Im Stream. Mit mir gemeinsam. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, Let's go. Auf geht's. Wir starten ja ein neues Let's Play auf Twitch. Wir sehen uns auf Twitch. Jetzt gleich.